Es sind nicht erst fünf Minuten vorbei oder so. Der letzte Song ist ein ganz, ganz, ganz bedeutsamer für mich persönlich, in dem ich über meine Selbstzweifel singe. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich mich so sehr der Welt öffnen möchte mit diesem Thema oder ob ich das vielleicht lieber selber mit mir selbst ausmache. Aber ehrlich gesagt habe ich dann gedacht, es ist total wichtig, dass man darüber spricht und dass man das so ein bisschen enttabuisiert, auch in unserer Gesellschaft, dass man Selbstzweifel hat. Und gerade auch, wenn man sich damit alleine fühlt, dass man sich Hilfe holt und eben nicht sich damit ganz alleine auseinandersetzt. Und ich habe das in meinem Sub-OK verarbeitet. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich okay bin, wie ich bin. Und ich glaube, das ist so eine Frage, das stellen sich ganz, ganz viele Menschen jeden Tag aufs Neue. Und ich habe für mich entschieden, dass ich diesen Weg gehen möchte, irgendwann mal sagen zu können, dass ich mich zu 100 Prozent so annehme, wie ich bin. Und ich weiß, dass ich davon sehr oft sehr, sehr weit entfernt bin. Manchmal bin ich näher dran und dann den nächsten Tag wieder ganz weit weg. Aber ich weiß, dass es unglaublich wertvoll ist, diesen Weg zu gehen, auch wenn er sehr, sehr steinig ist und sehr, sehr weh tut. Und ehrlich gesagt, bin ich gerade sehr, sehr beunruhigt über die Situation, so wie sich das gerade alles so entwickelt mit diesen Schönheitsidealen, die es schon immer gab. Aber gerade auch so durch Social Media irgendwie noch bei diesen ganz, ganz jungen Generationen jetzt schon losgeht. Und das finde ich so, so krass und so beeindruckend. Und so beängstigend. Und ich mache mir da totale Sorgen um die ganzen Kids, die irgendwie aufwachsen und denken, sie müssen aussehen wie die ganzen Models auf Instagram. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir alle ein bisschen mehr dazu beitragen können, mit dem, wie wir uns verhalten und woran wir glauben, dass man wieder mehr irgendwie Natürlichkeit ins Leben bringt und halt eben auch den jungen Generationen klar macht, dass das auf jeden Fall nicht der Standard ist und nicht die Norm sein sollte. Und selbst ich mit meinen 29 Jahren lasse mich davon beeindrucken. Also es muss so krass sein, irgendwie in unserer Gesellschaft heutzutage aufzuwachsen. Und ich möchte einfach nur mit diesem Song irgendwie sagen, dass es mir genauso geht wie euch und dass wir alle mit diesen Gefühlen nicht alleine sind. Aber ganz ehrlich, wir haben nur ein wunderschönes Leben und dürfen einmal zu Gast sein auf diesem unglaublichen Planeten. Und wir sind alle so unterschiedlich geboren und wir sind alle wunderwunderschön und wir müssen eigentlich überhaupt keinen Schönheitsidealen nachrennen, weil wir einfach mit einem perfekten Körper alle auf die Welt gekommen sind. Und wir sind alle so unterschiedlich und das macht uns so besonders. Und das sollten wir niemals vergessen, ganz ehrlich. Und ich hoffe einfach richtig, richtig doll, dass ihr euch mit mir auf den Weg macht und irgendwann mal sagen könnt, dass ihr euch einfach zu 100% so annehmt, wie ihr seid. Und manchmal zählt es dann auch dazu, dass man einfach mal auf die Meinung anderer auch einfach mal scheißt. Das ist auch sehr wichtig. Also Leute, vielen, vielen Dank für diesen wunderwunderschönen Abend. Ich habe jede Minute so unendlich doll genossen. Danke, dass ihr da seid. Es ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tourabschluss für mich. Vielen, vielen Dank. Hier kommt mein Song, der heißt OK. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tourabschluss für mich. Wenn meine Freunde mich fragen, Elia, kommst du noch mit? Und ich sag viel um die Ohren, heute wird's wieder nichts. Dabei lege ich hier allein in meinem Bett. Ich will mich verstecken, wo mich keiner sieht. Obwohl, vielleicht wäre ich doch gerne bei Ihnen. Vielleicht hätte ich gehen sollen, doch jetzt ist es zu spät. Und du rufst an, ich geh nicht ran, weil ich grad nicht an was kann. Ich will nicht da, wenn mich so sieht. Und wie ich hier unter der Decke liege, bin ich so okay. Und wenn ich so okay bin, Darum fühl ich mich alle lieb hier. Was ist mein Problem? Will auch so, weil ich bei mir hier. Ich tu mir's einfach weh. Kann ich pünkt schon mal lieb hier. Wenn ich so okay bin, Wenn ich so okay bin, Und geht was irgendwann vorbei hier. Ich hör mich Sachen sagen, die ich gar nicht so meint. Fragst mich, ob's mir gut geht, ich sag ja und geht rein. Dann wütend auf mich und fühl mich so mies. Wenn wir wieder streiten, bis einer weint, dann knall ich die Tür, mir manchmal viel zu gemein. Anstatt dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und du rufst an, Ich geh nicht ran, weil ich grad nicht anders kann. Ich bin nicht das, du mich so siehst, Wie ich hier unter der Decke liege, Bin ich so okay. Warum fühl ich mich alle lieb hier? Was ist mein Problem? Will auch so, weil ich bei mir hier. Ich tu mir selber weh. Kann ich blenden, nicht schon mal lieb hier. Bin ich so okay. Bin ich so okay. Bin ich so okay. Wenn es so okay 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 Wenn es so okay